ja genau warum schlägst du die auch immer legt mich doch das kommt davon wenn auch noch keine Ahnung vom Spiel haben und immer nur... ich hab den nicht geschlagen, der wurde von nem Gas gerade angeschossen und dann wird der aggro auf dich keine Ahnung ich hab ihn nicht geschlagen ich bin nur runtergefallen und neben ihm gelaufen so ich bin jetzt hier beim Spawner unten egal, Nero ist für mich schon mal da gut deswegen willst du ihn wahrscheinlich noch nicht resetten Womit wir wieder bei cube-nation.de sind dem besten Minecraft-Server überhaupt mittlerweile kann man ja auch mehrere Zonen machen was ich sehr schön finde ja, Zeitwurz alter nur die ganze Zeit wollte ich mehrere Zonen, jetzt gehts und jetzt hab ich keine Ahnung wo ich auf der zweiten bauen soll wie ein Boss ja, Mist hallo Piggy jetzt bin ich unten angekommen sind die Sachen weg also ein Stack Nether weg Eko, was machst du da unten? ich grab mich raus wo seid ihr jetzt, Leute? Ich hör nur einen Ghast ganz in der Ferne naja, der schießt auf mich ach du alter, weißt du? ja, Schafe Jump ja, springen wir erstmal rein ich baue grad schon mal rein Alter ist noch Saras-Lime ah, okay, dann bist du mal in der Nähe, weil ich hier auch rein kommt da was rein? mhm, ne das ist mit Katzen da nicht mal reinkommen was denn? weil die ja unsere Hühner getötet haben die töten Hühner? das für Schweine warum sind hier von grad zwei Kühe in diesem Vorraum? weiß nicht, mach sie einfach raus hoch, scheiße Sani, wer ist von euch jetzt alles noch im Nether? so, wir haben jetzt ein kurz auf Karte, Telefon so lol, hier kommt echt Minecraft-Mucke ich glaub sogar ich hab meine fünf Knochen verloren dadurch ne, die hab ich wir haben einen Skelett in der Basis wir haben keinen Skelett in der Basis ähm, vergrößern und äh, killen wieder da down, 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 down okay, war's ich bin jetzt unter dem Lohns-Warner ja, ich grad mich hier grad an so nem Pfosten hoch Lohre, oder wat? jetzt, Mann wer soll ich wissen, wie die Viecher ach, ich bau Leute, ich bau gerade unseren Weg ab egal das wollte ich gar nicht mehr das ändern boah, wie viel Blöcke ist und eine Netherfestung hat es schon krass jetzt weißt du, warum die Teilen in der Schweiz sind jetzt weißt du, warum die Teilen in der Schweiz sind ich find trotzdem, man sollte mehr in der Nether machen müssen genauso wie im End, da kannst du ja auch nur Endstone abbauen, super äh, 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 äh äh äh, äh äh, äh, äh ich bin auch bei der Leiter, das kann gut sein, dass du siehst ich bin ja dann beugt mir da gerade drin, also jetzt kommt gerade irgendwo ein Schiff aus dem Hyper-Raum hier reingeflogen vom Sound air Alter, Matmos ist schon richtig epic Allmässig, ich bin an der Leiter Ich bin unter der Leiter und baue den Leiterngang ab Möchtest du auch ein bisschen abbauen? Nein Come, das ist ein Let's Play Together, nicht alone Wieso, ich versuche hier gerade an Dings ranzukommen An die Lohren? An Lohen Ah, scheiß drauf, Lohen Ich nenne sie einfach Blaze, okay? Wo seid ihr denn? Ich bin gerade bei der Leiter und baue den Weg unter der Leiter ab Kann man schön fahren Brauchen wir eigentlich noch weitere Lohen-Dinger hier? Oder reichen die, die wir haben, Tom? Wie viele haben wir denn? Ich bin sicher nicht, Nico hatte zwei Stück bei Ich hatte zwei Zwei sind doch zu wenig, oder? Wer schlägt da schon wieder? Wer schlägt die schon wieder? Ecke, ein Schwein Das war angekommen und wollte mir verprügeln Hat gesagt, nee Mist, ich habe Bid und Ziez dabei Alter Boah, gerade hat sich einer rausgemorft vom Sound Das erinnert mich hier gerade so ein bisschen an The Revenge of the Titans auf dem Mond Loll Ich zu trinken holen Ein Ricola? Ja, okay Zu trinken, Ricola Alles klar Hallo 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 Alter Komm mir Katze schreien Ich habe ein Cape Ich sehe das nicht Also es ist so Ich kann es nicht sehen, also es ist nicht existent Es ist ein Vanished Cape Ich brauche gerade mal ein bisschen zu sind, dass wir bei uns, wenn wir da oben wieder sind Ich habe ein, zwei, drei, vier, viereinhalb Stacks, es reicht, komm, wir gehen Moment Ja, wir gehen auch nach oben, also zum Portal hoch Bauen da noch ein bisschen Scheiß ab Warte mal auf mir, ich finde ich nicht mehr zurück Äh, ich wollte da eigentlich eine Leiter hoch machen, aber okay Alter Hab ich da einen Weg abgelenkt? Imex, baust du hier gerade einen Weg? Ja, ich baue gerade eine Leiter nach oben Bust du hier gerade einen Weg? Ne, ich baue gerade Leiter nach oben Hä? Wieso bin ich ja mit Sprengschlanger? Ja, weil ich hier gerade einen Weg nach oben baue Ich glaube, weil ich mit Spreng immer noch schneller Oh, brauchst du Das sehe ich gar nicht Hallo Oh, Imex Sunrise Lass mich hoch Was macht ihr jetzt? Lässer abbauen oder was? Ja Wir reißen gerade alles weg Oh nein, oh nein Oh 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 Ich weiß, der will uns helfen Ich will raus hier Oh, sieht doch gut aus wie so eine Schlange Oh, ich bin nicht weiter weg von der Stufenfestung, leckst nicht mehr Imex, huuuh Sani, ich mach mal ein paar Schaufeln Oh, ich pack mal hier Rindelgeist ab Na, Bladi, hast es geschafft Lol Loll Ich hab mal kurz Guck mal, Musik als zwei Maka-Creams Cool Brauchte Schaufeln? Nein, hm Was ist für den Schaufeln? Oh, hey, da Seine Anmisschen In Flash IOS 5.1.1 ist gerade rausgekommen M-M-M-M-M Sagt mir gerade der, ah, der App-Ticker Ja okay, App-Ticker, nicht, ja, nicht Apfel-Ticker Der ist wieder da Och nö, wo ist er denn, wo ist er denn Wo ist er denn? Ich hab einen Fisch gebauen also ich bin stolz auf mich jetzt komm her du gast was willst du mit dem ganzen soul sand was wollen wir mit dem ganzen fall es machen man kann langsam drauf gehen ja ich glaube wir sind so in der 45 35 oder schon 40 oder sind wir vielleicht schon so weit wie der flash sprich sind wir in der 80 folge 80 das war aber noch freundlich im imax wo seid mir bei der leiter ja genau schießt mich halt drunter ins gesicht das hatte peter griffen auch zu seiner tochter gesagt die weg lol lol wtf der gast hat mich angezündet was denn du schnacher schnacher 1 1 ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich muss in der fläche ich habe und für euch jungen gesprächen aufgespannt zu holen aufgespannt ja gespart du dich doch auf ich auch leute ich würde langsam sagen wir sollten aus dem nasser raus mich nervt der gast also ich baue die ganze zeit im fest dann sehr gut dann lässt du dich doch meine hake ist hinüber ich geh jetzt auch raus zum dritten mal in die linke kiste tun wir den kommen wir boah hallo in die linke kiste da in die ja da hat da da amix ja ne guck nick uuuh wie eloquent tschuldigung tschuldigung hr woc d Wo kommt denn diese Leiter auf Armee her? Was ist das denn? Oh mein Gott. Was wird das, Sunny? Das wird eine Niederwahrze fahren. Guck mal hinter dir, auf der anderen Seite. Ich weiß, du hast nicht gelernt. So, einen Schluck trinken. Chaos ohne Ende. Sunny. 5, 3, 4. Du hast nicht gelernt. Lego kommt nach Hause, man hört's. Lego! Lego kommt, man hört's. Also hier in die linke Kiste kommt das Zeug rein, was wir hier lassen im Nether. Verstehe ich nicht. Und hier in die rechte Kiste das Zeug, was wir mitnehmen in die Hauptwelt. packt einen von euch mal das andere Zeug ein. pack du dich dabei. Nein! Na! Nein! Nein. da vor der Kiste, 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 da vor der Kiste Oh Mensch, der Bloody tut auch was Ey! Ist heute Weihnachten oder so, dass er auch was tut? Warum hat der Sunrath Scott Mode an? Weiß ich nicht, weil ich grad wieder raus und reinig soll, ich bin vorhin Ja 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 Schlag mich! Yeah! Nico, du sollst dir doch nicht selbst Scott geben! Ich hab's mir grade weggemacht zum Gucken Guck doch mal, ich hab ein Gott eingegeben und zweimal Gott Du hast zweimal GM eingegeben und einmal zweimal Gott, ja Ich hab hierbei das Lachen Dann sieht man, ob die... Finn Sunny, setz mal deinen Helm ab, ich will mal dein Gesicht sehen Ach du Scheiße Der hat voll den guten Bart, ey, guck dir den Mann Ja, nehm, ja, also... Der sieht aus wie ein Lego-Männchen Das ist ein Notch-Bart Ich muss sagen, ihr habt... Sunny, du stirbst da draußen Sunny! Ah, ist doch mal hoch Er frennt direkt Rettet mich! Rettet mich! Nein! Ach, danke Bloody, das war's! Heute nicht! Ne? Ich kann das! Ich hab' dich ausgepustet Was wohl! Oh Gott! Ich hab' mich voll fröhlich weggeblasen So, seid ihr bereit wieder nach Hause zu gehen? Ich hab' alles dabei, wir haben... Bist du bereit? 12 Stacks Netherstein, 3 Stacks Soul Sand und... 7 Stacks Nether-Ziegel Ok, ok! Oh go, oh go! Hallo! Wir sollen uns mal angucken, wir haben einen Braustand bauen oder so Oder so Kann man's alle machen? Haha, nein, Heike Ja, funktioniert, oder?